Es kommt ja nicht vor, dass ich behaupte, später nochmal auf Dinge zurückzukommen, die ich jetzt nicht erkläre. Und so bleibt noch eine Sache offen, auf die ich am Anfang mal hingewiesen habe. Nämlich, dass bei der Klassenbildung die Anzahl der Klassen so gewählt werden soll, dass keine wichtigen Informationen aus den Daten heraus aggregiert werden. Die Wahl der Klassenanzahl nämlich kann für die Aussage, die ein Histogramm vermittelt, ganz entscheidend sein. Angenommen, wir hätten die Körpergrößen der Studierenden an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Uni Mainz erhoben. Dann sieht das Ganze bei einer Klassenanzahl von 10 so aus wie hier rechts. Bei einer Klassenanzahl von 25 sieht das Ganze so aus wie links. Im rechten Fall hätten wir gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich eher eine unimodale Verteilung hat, die ihre typischste, also häufigste Kategorie irgendwo in diesem Bereich besitzt. Mit 25 Kategorien allerdings wird sonnenklar, dass wir es mit einer bimodalen Verteilung zu tun haben, mit zwei lokalen Maxima. Warum haben wir diese lokalen Maxima? Natürlich ganz eindeutig, das hier links sind eher die Frauen und das hier rechts sind eher die Männer. Über die Anzahl der Klassen können wir also die Tatsache, dass wir es mit einer bimodalen Verteilung zu tun haben, sehr einfach verschleiern, indem wir zu wenige Klassen wählen. Wir könnten aber genauso zu viele Klassen wählen, was in aller Regel dazu führt, dass sich ganz viele lokale Maxima bilden in einer Häufigkeitstabelle und damit auch in einem Histogramm, die letzten Endes nicht mehr interpretierbar sind, sondern einfach durch Zufall entstehen. Und das vervollständigt unseren Eindruck von der Beliebigkeit, oder sagen wir besser, den Freiheitsgraden bei der Klassenbildung. Die Anzahl der Klassen sollte nicht nur auf Basis irgendwelcher Faustformeln getroffen werden, auch wenn sie sehr mathematisch aussehen, wie unsere Log2-Formel, sondern sie sollte vor allem in Ansehen der Daten getroffen werden. Bei der Kategorisierung, bei der Histogrammerstellung, sollten immer verschiedene Klassenanzahlen geprüft werden, damit solche Dinge wie hier mit der Herausaggregation wichtiger Informationen gar nicht erst stattfinden.